Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir, mein Geish, hier aus Gilde Nummer zwei gegen Propane. Ja, so, dann schauen wir doch mal ganz kurz, was hier jetzt passiert. So. So, weiter geht's. Ja, wir haben fast drei Inseln dann da und schon. Ich mache jetzt mal diesmal das Video ein bisschen früher hier, weil heute Weihnachten ist und ich ganz ehrlich später keine Lust mehr habe, mich nochmal hinzusetzen und noch Videos aufzunehmen. Möchte ich ein bisschen Zeit für die Familie dann haben. So, deswegen wird's jetzt aufgenommen. Ein bisschen früher als sonst. Noch acht Stück. Jake, W878. Aber ich denke, man kann schon erkennen, dass wir dieses Match mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen werden. Bei diesen Gegnern hier. Da ist nicht viel. So ging Smokin' Fresh. So, es sind noch fünf Stück. Anna Mattes auch. Big Mon, was ist denn noch, keine Ahnung, kann ich auch noch vorweg skippen. So. Gegen M.A.M. Michael noch drei. Subi-Tuner. Okay. Subi-Tuner, Subi-Tuner, Subi-Tuner. So. So. Noch zwei. Yogami 993. Subi-Tuner, Subi-Tuner, Subi-Tuner. So. 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 économique. So. 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 Da muss ich echt ein bisschen aufpassen hier, dass mir das Ding nicht um die Ohren fliegt. Hey, ich hab mal eins verloren gegen Subi-Tuner. So, schauen wir mal bei denen rein. Jetzt haben 23 von denen gekämpft. Wir haben es nicht geschafft, eine einzige Insel Down zu bekommen, bei uns haben bis jetzt gekämpft. Coile, Scotty Pippen, Georgios, Mark Oliver, X-Strike, Manubaya, Beniza, Raulito, Tristan, Knuckster, Lord Universe, Andrilo, Stewie, Mark Foul, James. Hier war es mit der glatten 100, cool. Raffi, Traffi, Siemahl, Player, Herrgleich 2, Bryant, Ryuk, Saliskos mit 91, Slimchi, Bibi, 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 Bonda, Hila, Joseph, 200, Travis, Liquid, Badass, Charlene, Quark, Müller mit 73, Entenbar mit 60 und Quals mit 24. Damit haben wir bis jetzt 31. Kampf um Platz 215 hier. Ja, cool. Gefällt mir. Wenn es euch auch gefällt, dann lasst doch mal ein Like da, einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es jetzt mal wieder ein, wenn es wieder heißt, warum sind das so verschoben da? Was denn da passiert? Warum ist das so klein? Wenn es wieder heißt, Animations Rodeon mit mir, den man gleich schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.